hallo und herzlich willkommen zu einem wetter extra über chemtrails chemtrails gibt es nicht chemtrails gibt es nicht chemtrails gibt es nicht was da erzählt wird dass jetzt irgendwie gift versprüht würde oder dass jetzt damit das klima verändert werden könnte das ist nicht wahr das ist nicht wahr das ist nicht wahr wir machen ganz viele wolken und dann scheint nicht mehr so auf die sonne aber das hat nichts mit dem chemtrails an sich zu tun aber das hat nichts mit dem chemtrails an sich zu tun aber das hat nichts mit dem chemtrails an sich zu tun früher hätte es das in diesem ausmach nicht gegeben früher hätte es das in diesem ausmach nicht gegeben früher hätte es das in diesem ausmach nicht gegen chemtrails gibt es nicht chemtrails gibt es nicht chemtrails gibt es nicht chemtrails eine frei erfundene Angelegenheit.